Wie sieht's denn bei mir aus mit der Polizei? Pozilei! Das Verbrechen regiert! Was geht denn bei denen ab? Das ist gut. Verbrechen im Gange. Null pro Tag begangene Verbrechen. Das ist natürlich heftig. Bei mir ähnlich. Ich hab aber neun Verbrecher pro Tag und sieben Festnahmen pro Tag. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab acht Festnahmen pro Tag und 16 Verbrecher pro Tag. Ich hab nur ein publisches Polizeiwachen-Dings da. Ich sollte mal ein Revier bauen, aber danach geh ich bei pro Stunde in die Miese. Die ist aber nicht nice. So, ich habe mal, wie in den Kommentaren vorgeschlagen, einen Fährhafen ergänzt um einen, äh, Kreuzfahrtanlegeplatz. Bin ich ja mal gespannt. Jetzt ist der Fährhafen gerade kaputt gegangen oder die haben Licht ausgeschaltet. Uäh! Boah, ich komm immer auf Escape! So, wie sieht's aus? Ich will meine Rohölzentrale ausbauen. 53.000 am Tag, das ist nicht genug. Dann nicht mehr Geld! Hab Angst. Ich sag den klein was mit Gelände zu steil, ja. Können sie mal, ja, ne? Können wir ja vielleicht irgendwo eine Recyclinganlage hinplanieren? Ja, ich habe mit Absicht hinplanieren gesagt. Hier könnte klappen, wobei das ist das Gelände wahrscheinlich zu steil und das Buszeug steht im Weg. Mh. Wow, die haben ja gerade mal zwei Tonnen in der Müllverbrennung, denn die geht ja richtig weg hier, der Scheiß. Das ist gut. Sind auch pro Tag genug Mülltonnen geleert? Zehn Stück nicht? Das ist ja lächerlich. Müllkarte. Oh. 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 Das sieht nicht gut aus, ne? Doch, aber es ist erstaunlich, wie viel in diese Wagen reingeht. Wie viel denn? Sehr viel. Sehr. Sehr. Viel. Okay. Ich sollte noch ein Schild bauen, damit die Transporter meine Rohöldinger besser finden. Ich verstehe, die Steppen ja nicht. Die sind zu unausgebildet. Wie kann man nur zu unausgebildet sein? Warum? Warum kann ich jetzt nicht da, wo gerade schon ein Depot stand, ein neues hinbauen? Boah. Weil, fuck, Logik, ja? Krischplack, ne? Krisch. Also wirklich krieg ich so einen Hals. So, jetzt hoffen wir einfach mal, dass wir langsam aber sicher mal genug Geld machen, damit ich meine Rohölzentrale erweitern und ausbauen kann und damit ich der reichste Mann der Welt werde. Ja. Niemals. Aber das wird nicht passieren, wenn wir mit 2000 die Stunde Verlust machen. Pff, okay. So ist besser. 900 plus. Tja. Das ist aber nicht schön, dass du mir deinen Rang abgräbst. Was? Oh, jetzt mach ich... Ich hab keine Ahnung. Jetzt mach ich 2000 plus. Ach, Mensch, der Max spielt jetzt Battlefield. Hallo, Max. Was geht denn bei dem verkehrt? Pff, da fällt mir wieder ein. Hab ich eigentlich schon gesagt. Äh, möchtest du nochmal kurz kotzen, Julian? Ja, natürlich, erzähl. Okay, also ich war ja gestern eine Buchte in Gürlitz anschauen und da war ich in der einzigen WG, die ungefähr vernünftig war und da haben wir 32.000er DSL bei Kabel Deutschland. Mhm. Und, äh, der Typ, mit dem ich da dann zusammenwohnen werde in der WG, äh, ist, äh, Zocker. Zock die ganze Zeit Battle 4-3. Ah, das ist ja reizend. Mhm. Hab ich schon erwähnt, dass wir dann 32.000 erinnert haben? Nein. Gut, dann, dann, äh, jetzt, ja, ich hab dann 32.000 erinnert. Du weißt, wo die Tür ist. Das verstehe ich jetzt aber nicht, ja. Das ist aber kein Problem jetzt. Hat sich aus dem Büro geschlichen und ist auf dem Weg nach Hause? Bitte was? Das kann ja nicht sein. Eine Arbeitsmoral ist das. Das ist eine Unverschämtheit. Ich habe bald erhebliche Abwasserprobleme, glaube ich. Muss ich vielleicht doch mal ein neues Abwasserendrohr installieren? Ich würde dir eine Kläranlage empfehlen. Ja, die habe ich ja. Aber die läuft auch langsam über. Mit drei Becken. Die ist ja bei dir verkehrt. Ja, die, äh, ist ja Großstadt und so, ne? Ja, ja gut, ich habe nur 56.000 Einwohner, also... Da ist ja noch so Kleinstadt, ne? Ja, ja. Wie fährst du gerade? Äh, weiß ich nicht mehr, weil ich dich gerade besuche. Achso, da siehst du gerade nicht meine ganze Straßen auf. Falls du irgendwo noch solche niedrigen Straßendings da siehst, kannst du ja laut schreien. Ja, das ist aber ungefähr 5 Minuten Zeit versetzt, was ich von dir sehe. Achso, na gut, ich bin gerade dabei, hier alles auszubauen, weil ich ja noch ein paar mit niedriger Dichte hatte. Die waren halt so undicht, hahaha. Ach, los, komm, lach mal. Und, äh, ja, muss ich jetzt ausbauen. Du hast aber... Das ist nett, danke. Du hast aber auch... Da steht ja mitten im Atomkraftwerk, ich glaub's, ey. Da steht, wenn ich das anklicke, steht da, dass es keine, äh, Strahlung... ... aussendet oder so. Das macht aber 200 Megawatt die Stunde, passt doch. Oh man, ey. Wobei, das wollte ich eigentlich auch noch bauen, das fällt mir gerade wieder ein, weil dann kann ich mein Ölkraftwerk planieren, dann brauche ich ja kein Öl. Nur, wie ich mein Glück kenne, dauert das keine 5 Minuten, wie beim letzten Atomkraftwerk, bis, äh, ne? Kabumm und so. Supergau! Genau. Ist eigentlich ein Unterschied, wenn man Straßen mit hoher Dichte hat und Straßen mit mittlerer Dichte von der Bebauung, die daran entsteht? Ja. Hochhäuser können nur an Straßen mit hoher Dichte gebaut werden. Alter, es ist ja alles voll mit Pennern hier. Gibt's doch nicht. Bei mir oder bei dir? Bei mir. Also ich hab, äh, plus unendlich Penner. Ne, guck dir das Theater, was ich hier hab, mal an, das geht ja mal gar nicht. Also ich komm dich zwar besuchen hier, das ist ja unglaublich. Besuchen. Wo passt denn hier ein Atomkraftwerk hin? Ich trete ans Dorf. Hier wird's passen. Vielleicht. Hm. Also ich sollte, glaub ich, wirklich Straßen mit hoher Dichte bauen. Komischerweise. Ja, dann sieht das so aus wie bei mir. Jep. Das, da bin ich grad unterwegs. Ich finde es immer noch erstaunlich, dass ich am Wasser kein Wasservorkommen habe. Ja, vielleicht ist das Grundwasser bei dir so verdreckt, dass die das nicht wollen. Woran könnte das bloß liegen, ne? Weiß ich nicht. Überhaupt nicht. Wenn ich diese Pumpe hier jetzt abstelle und dann neben ein Atomkraftwerk bastel. Da hat ja eine riesige Universität. Ich hab was falsch gemacht. Das glaub ich allerdings auch. Wie viele Erweiterungen hast du denn dafür hingeklatscht? Ich glaube vier. Ich hab bei meiner Hochschule gerade mal einen Erweiterungsflug. Ja, das ist jetzt aber nicht so nice hier, ne? Was soll ich das so groß sagen, ne? Das ist ein Idiot, aber das, äh... Beim heutigen Wirtschaft, da kann man das verkraften, gell? Ich meine, das weiß ich nicht, ja. Ja, weil ich bin der Sam und, äh, ich geh mal wieder mit Klausdorf, ne? Ah, ist alles so unscharf hier. Wie, du schickst mir kein Wasser mehr? Was? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das passt mein Atomkraftwerk hier auch nicht hin. Hä? Was? Gelände zu steil auf der Straße. Gelände zu steil. Das ist immer so. Gelände zu steil. Alter, flacher geht's nicht. Nicht gut. Gar nicht gut. Warum passt das denn da nicht hin? Ich fühl mich wieder mal verarscht, aber das ist ja nichts Neues. Wollen krass auch. Dann kann ich auch meine Pumpstation hier wieder hinten bauen, wenn das so ist. So, die passt hier garantiert nicht hin. Ja, das war natürlich wieder mal klar. Ich habe nichts anderes erwartet. Dann eben nicht. Hier vielleicht? Auch nicht. Aha. Ah, es passt. Juhai. Super. Und dazwischen ist noch Platz für ein paar Wohnwagen. So, wie sieht's denn eigentlich aus mit meinem Rohöl-Gewinn? Hm? Scheiße. Ja. Das ist korrekt. Aber ich habe 207.000 Bar. So, wie sieht's denn eigentlich überhaupt aus mit dem Rohöl? Was fördern die so? 6600 Barrel. Du sollst das nicht direkt anklicken. 300. Äh, 3000. Das ist aber wenig. Hm. Oh, die sind aber auch fast out of Rohöl hier. Hab ich dir schon mal gesagt, was die geilste Arbeit hier im SimCity ist? Was denn? Alle Straßen, die man hier gebaut hat, auf hohe Dichte um upgraden hier. Deswegen habe ich von vornherein nur hohe Dichte gebaut. Das war für mich sogar eine Neuerung, dass ich erst mit mittlerer Dichte gebaut habe. Sonst habe ich immer nur mit niedriger Dichte gebaut. Ja. Also tu nicht zu viel verlangen von mir. Sorry. Sorry, aber ich habe nur Bargeld. Oh. Oh. Ja, ich glaube diese... Die Rohölaufgabe kann ich mir in die Haare schmieren. Also wenn du Rohöl in die Haare schmierst, das wird nicht gut, ne? Ach was. Hab ich mir sagen lassen, ne? Sachen gibt's. Hm. Den sind auch ständig die Steuern zu hoch hier. Die sind echt mit nix zufrieden. Da nicht. Ich meine, gerade mal... Elf... Prozent. Und ich mach drei Dollar Simoleons die Stunde Gewinn. Also... Bitte euch. Wie viel? Drei? Ja. Nicht, dass es ja zu viel werden, ne? Jetzt minus 206. Minus 195. Hm. Also ich bin bei 2800. Was hast du denn eigentlich für eine Sympathierate? Also irgendwas über 75%, die hatte ich letztens erst erreicht. Ja, ich hab 85. Ich weiß es nicht. Wo kann man die sich explizit anzeigen lassen? Auf diesem Smiley unten. Jetzt hab ich nur noch 84, weil die Industriegebiete gerade heulen. Ach, ein Schmielei. 79 direkt. Und hör mal 206. AufFun FEH die estrutur ant Paulovivazos auf demوتوت. Es ist das nur zu viel, was Piraten hat. Naja? Das ist aber komisch! Ja wenn? S Gust跟我 in den Namen. Sằng was auch das schleanden hat. Das ist aber komisch. Ist wohl ne Übergangsregierung. Das ist aber komisch. сами. Ja, verwandels, das ist garantiert nur ne Übergangsregierung, dass kann nix grosses sein. Ist das nur die Abarmadevorschung? Oh, hier ist Erz, mitten unter der Stadt. Ja, muss ich leider alles planieren. Oh, komisch, schade. Ah ja. Hm. Äh. Sehen Sie morgen irgendwelche langweiligen Straßenplanierungen? Tja. Ich überlege die ganze Zeit, wie ich jetzt hier am dümmsten noch weiter arbeite. Was ich eigentlich machen müsste, ist alles abreißen, also alle Straßen durch sechsspurige Straßen ersetzen, weil irgendwie es ist zu eng. Also gerade in der Richtung, wo es dann zur Autobahn geht, da stehen Sie bei mir doch ganz schön, obwohl ich es auch auf hohe Dichte ausgebaut habe, aber diese Ratten hier ist ja unglaublich. Aber die bauen schon die ersten Hochhäuser. Ja. Das ist nice. Was soll ich denn sagen? Du hast keinen Platz mehr für Hochhäuser? Nein, wer wird hier da... Mein Rohöl wird wieder nicht exportiert. Ich hasse euch. Ich hätte erstmal gerne ein Handelsdepot, aber das eine, was ich gebaut habe, das hat keinen Platz für irgendeinen scheiß Anbau-Dings da, weil es nicht geht. Weil der Berg zu steil ist, scheiß Berg. Blöden Rohölwagen stehen wieder überall im Stau.